Unterwegs in der Raiger Westwand, unter dem Eisbruch. Super Firn hier noch, gibt es Vorwärtskommen, hier gibt es Verhältnisse, aber beim Eisbruch werde ich umdrehen, es ist mir zu warm, aber eine wunderschöne Ambiente, ein wunderschönes Licht, alles glitzert am mythischen Berg. Eindrücklicher Tiefblick Richtung Eigerstation links, rechts, kleine Scheidegg unten, Lauberhorn, dann dahinter Thun und der Thunersee. Besten Dank und allen guten Thunen. Schöne Druck Hochschro сказала, dass sie sich nicht mehr mit einem Schussschatten verwendet sind, was ich in Hübschrochen gern habe, und das ist die Gegend aufgewachsen. Sie können, wenn die knowingen, in der Schuss und Berkaufgebung kommen, Untertitelung des ZDF, 2020